So, jetzt kommt Klasse 1 vom Allerfeinsten, der XXL Magic Spinball von Panda. Ja, BAM-Nummer ist noch drauf, CE-Zeichen klar, ansonsten ja das übliche Blabla, was da hinten drauf steht, aber es ist einfach nur geil. Drei Effekte haben wir hier, Kreisel, Pfeifeffekt und Crackling, drei Stück in einer Packung, so sehen die ganzen schönen Dinger aus. Damit habe ich mich richtig zugedeckt mit den Teilen, weil ich die absolut genial finde. Wie viele hast du davon? Weiß nicht, zehn Pakete. Geil. Und davon zünden wir jetzt erstmal zwei Stück. Panda XXL Magic Spinball. Lautes Crackling, alter, mega. Drehen hat, gedreht hat er sich jetzt leider nicht so gut. Aber was für Klasse 1 ist das absolut geil. Ich gehe mal auf die andere Seite in den Qualm. Hammer geiles Teil. Auch wenn er sich nicht hundertprozentig gedreht hat, mache er auch am Untergrund liegen. Aber das Ding ist einfach nur, die Teile, genial. Ich gehe mal auf die Beideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideideide